Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vergessen Sie das Gericht Ihrer Frau Sehen Sie auf die Beweise Ich habe die Beweise gesehen, sie ist unschuldig Es ist egal, was wir glauben, Laura kommt trotzdem nicht raus Ich verspreche dir, du wirst wieder ein Leben haben Was wollen Sie wissen? Wie konnten Sie fliehen und wieso niemand anders? Kein Gefängnis der Welt ist so sicher Ihr Plan muss zu 100% ausgearbeitet sein Und Sie müssen sich selbst fragen, kann ich einen Werter töten? Mein Kind irgendwo zurücklassen Denn wenn die Sache funktionieren soll, müssen Sie genau das tun Und wenn Sie es nicht können, lassen Sie es Sonst gibt es nur Tote Zeigen Sie mir, wie man sie lädt Ich brauche Pässe Du bist zu verbissen Du fährst es gegen die Wand Dauert bloß einen Moment, okay? Okay Warum tust du das? Wir haben keine andere Wahl Um die Innenstadt abzusperren, braucht die Polizei nur 15 Minuten Und nach 35 Minuten stehen Polizisten an jeder Autobahnausfahrt Halten Sie den Zug an! Festhalten! Was, wenn ich nicht rauskomme? Dann ergeben Sie sich Die erschießen Sie ohne zu zögern Lara!